Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen zu einem neuen Biertest mit mir, dem Biersüffler. Ja, was haben wir heute hier auf unserem Gabentisch? Richtig, wir schließen jetzt die Berliner Bierwoche erstmal ab und zwar mit dem Berliner Kindel Jubiläumspilz. Ja, ein Pilz, das tatsächlich, ich habe es ja schon beim Berliner Kindelpilzner, also dem Standardprodukt, schon erwähnt, dass bei uns tatsächlich mir aufgefallen ist, dass doch irgendwie im Einkaufswagen mehr das Jubiläumspilz landet als tatsächlich das Original, das Klassische, was heißt Original, also das Klassische mit diesem hellgelben Etikett. Ja, interessant irgendwie. Also ich habe es auf jeden Fall öfters schon getrunken, auch wenn ich bei meinen Eltern bin, die haben das öfters mal schön als 6-Pack. Heute sind die 6-Pack ja hier schön in diesen NRW-Flaschen, wie gesagt. Damals waren es ja noch die Steinies gewesen. Und ja, coole Sache. Also ich kenne es wie gesagt schon, aber ich würde es natürlich auf diesem Kanal auch haben und aus diesem Grund testen wir das jetzt natürlich nochmal. Ich habe hier oben übrigens schon mal wieder diese Alufolie abgemacht, was das da ist, weil dann halten wir uns gar nicht so lange damit auf. Achso, ja, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, ist klar und hat 5,1% Umdrehungen. Das kenne ich sogar schon auswendig. Gebraut in der Berliner Kindeschultheitsbrauerei. So, zack, machen wir mal auf. Wunderbar. Und ich habe auch ehrlich gesagt, auch wenn es heute schon mein zweites ist, aber ich habe auch gewusst, weil gerade eben gab es einen schönen herbstlichen Kürbis, das war ein bisschen deftiger und ich glaube, da macht es sich ganz gut noch schön zum Nachspülen. Nicht wahr? So, dann würde ich sagen, lassen wir laufen. Frisch ausgespült. Achtung, jetzt geht los. Blub, 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 blub. Ja, leichte Welle, wie man schon sieht. Wunderbar, fließt recht gleichmäßig hinein. So, drei Viertel haben wir etwa. Nur ein kleines Blümchen machen. So. Oh, da geben wir mal einen Schwappel, he? Hehehe. So, schau an. Neu Vierer, he? Was haben wir da? Aber Bier. Gut. Schön. Okay, komm, testen wir es mal ein bisschen. Also, wir haben eine Blume, ihr habt gesehen, ich habe fast so ab der Hälfte, drei Viertel etwa, habe ich gegeben. Wenn wir uns beeilen, haben wir gut, ja, knapp zwei fingerbreite Blume, die, wie gesagt, zwischen, hm, ich sag jetzt mal fein und mittelporig ist. Sie bleibt an der Glaswand definitiv haften, bei mittlerer Kraterbildung, die sich allerdings im Zentrum zentriert, zentriert in der Blume, abspielt. Wir haben kleine Luftbläschen, die einen definitiv appetitlich auch begrüßen tun, trinkt mich und so. Das sieht schon ganz ansprechend aus. Und die Kraterbildung ist eigentlich recht minimal. Übrigens beim frisch gezapften haben wir natürlich auch schon öfters mal probiert. Da kommt sie mir tatsächlich ein bisschen gröber vor und die Blume ist allgemein ein bisschen fluffiger. Das erwähne ich jetzt nur noch so, weil ich das halt frisch gezapft, scheint ich glaube auch mit am häufigsten, schon getrunken habe. So, schauen wir uns mal die Farbe an. Ja, da haben wir natürlich wirklich ein absolut hübsches Gold, sage ich mal, Mittelgold, so muss es sein. Sehr gut filtriert mit aufsteigenden Schwebeteilchen. Die Kohlensäure prickelt richtig nach oben unter dem Blumenteppich, der absolut, ja, total, sage ich mal, bestückt ist mit diesen Luftbläschen. Also da ist keine einzige Lücke zwischen. Sehr hübsch anzuschauen. Sieht wirklich gut aus und wirkt auch dadurch spritzig. Kann man auch ganz klar sagen, wirkt richtig spritzig. Wenn das so stehen haben, was kann man da, würde ich sagen, geben? Ich bin da durchaus bereit, muss ich sagen, sieben Punkte zu geben. Ich gebe da sieben von zehn Punkte für die äußere Erscheinung, für die Optik. Ist appetitlich. Habe ich richtig Bierdurst drauf, ne? Habe ich Bierdurst drauf. So, machen wir mal anschnuppern, würde ich sagen. Wollen wir mal gucken, mal den Riechkohl mal wieder ein bisschen da reinhalten. Ja, das ist natürlich, ich kenne es, wie gesagt, ich habe es da beim Berliner Kindle auch schon gesagt, das ist so dieses Getreide, das ist so ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen verwöhnt, ne? Wenn man jetzt die ganze Zeit auch ein bisschen bessere Biere, in Anführungsstrichen, getrunken hat, dann ist man so als das Getreide dann tatsächlich so ein bisschen verwöhnt schon. Und ich finde so, worauf ich finde mir das keiner übel, ich finde, es riecht ein bisschen nichtssagend. Also es ist so schon getreidig, ein bisschen blumig auch. Man merkt auch diese herben Noten, die da so mit mitschwingen. Aber dieses Liebliche, was wirklich so, ja fast schon überdeckt, sag ich mal, diesen getreidigen Malzgeruch, der ist da wirklich schon so ein bisschen sehr weit übergeschlagen, ne? Aber wie gesagt, ich kenne es schon und daher weiß ich das, da muss ich sogar ein bisschen grinsen, sag ich mal, weil man hat sich jetzt schon so daran gewöhnt, nach dem Essen immer, ne? Am Sonntag oder so und da kennt man das, wie gesagt. Das ist schon ein bisschen sehr überschlagen. Also finde ich nicht ganz so toll, aber mein Gott, gewöhnt sich an alles. Also Freunde, machen wir einen Antrunk, ihr Lieben, zum Wohl. Ich wünsche euch was auf das schöne Bier, auf den Feierabend zum zweiten und dann wollen wir mal. Ja, also der Antrunk vom Berliner Kindel-Jubiläumspilz, ne? Ist röstiger. Wenn man sich jetzt zurückerinnert an das Berliner Kindelpilz, ne? Also ich sag jetzt mal den klassischen, das klassische Pilz von Berliner Kindel. Da sind diese Röstaromen nicht ganz so intensiv wie hier jetzt zum Beispiel, ne? Das bezieht sich ja sozusagen auf den Malz, also auf diesen Gerstenmalz. So. Hier hingegen ist es ein bisschen strenger, dafür aber wiederum milder vom Hopfen. Also man merkt richtig schon beim Antrunk, wie sich so der Mundraum, so richtig vollmundig auch das Ganze, ne? Man wird komplett irgendwie mit diesen Aromen konfrontiert tatsächlich und es entwickelt sich. Es ist auch wieder ein schönes Bier. Gute Qualität entwickelt sich im Mundraum. Gerade im Bereich der hinteren Zunge, da merkt man dann auch so, okay, da ist schon tatsächlich so was wie Hopfen, ne? Das kommt schon so durch, diese bitternuancen, die merkt man auch, dieses leicht herbe, wo man sofort weiß, okay, wir haben hier einen Pilz, ne? So. Alkohol merkst du eigentlich gar nicht. Also der zwickt nichts, der beißt nichts, der tanzt auch nichts. Also der ist total so unterschwellig, ja, der ist doch also ganz normal so drin, ne? Das ist ein alkoholisches Getränk, klar. Aber auch wie den merkt man nicht irgendwie besonders hervor. Tatsächlich sind es im Antrunk die Röstaromen, die auch, wie gesagt, ich kenn's ja, ich weiß jetzt, was passiert im Mittelteil, aber wir machen den jetzt mal so, dass ihr auch Bescheid wirst. Also ab zum Mittelteil. So, und jetzt sind die Röstaromen nämlich weg, wie wir zuvor im Antrunk hatten, die sich angemeldet hatten. Und die schwingen jetzt auch, wie gesagt, auf dieser geraden Linie mit. Und hervorkommt, wie gesagt, eine Komposition aus allen Aromen. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen Fruchtkörper drin. Leicht Orange, leicht Zitrus, so in diese Richtung. Auf jeden Fall eher ein bisschen Säure, so ein bisschen Säure, was mitschwappt. Das kombiniert mit dem Hopfenextrakt, bzw. Hopfen, ist doch Hopfen gewesen, ne? Hopfenextrakt. Ja, Hopfenextrakt. Das Ganze, wie gesagt, schwingt damit mit, so dass man auch generell schon Hopfen, der immer ein bisschen auch Säure transportiert, hier nochmal so ein bisschen rausgekitzelt wird, ja? So, dann haben wir da auf jeden Fall dieses Getreidefeld wieder, ne? Das merkt man ganz klar, aber auch nur ganz mild. Und das ist diese feine Abstimmung, wofür eigentlich auch das Berliner Kindl-Jubiläumspilz steht. Also es ist ein sehr fein, herbes, abgestimmtes Bier. Und das Kindl, sag mal im direkten Vergleich, ist mehr ehrlicher. Ja, das ist mehr so kerniger irgendwie, so uriger. Und hier merkt man halt, okay, da hat man so wirklich ganz gezielt versucht, so einen allgemeinen Geschmack hinzubekommen. Ja, jung und spritzig, so Berlin, weiß ich nicht. Also kann man geschmacklich tatsächlich ein Lebensgefühl oder wie auch immer einer Stadt irgendwie in eine Flasche Bier bekommen? Ich habe da immer so meine Zweifel. Was man sagen kann, ja, es ist ein dynamisches Bier, auch wenn es tatsächlich gar noch wesentlich mehr dynamische Biere gibt, die noch viel dynamischer sind. Es ist schon so der Ansatz da. Es ist jung und spritzig, das kann man ganz klar sagen, die Rezeptur dieses Jubiläumspilz. Das ist zum Beispiel kein Vergleich mit dem Radeberger. Das Radeberger ist so ein richtig konservatives, bodenständiges Fundament. Da hast du ihn, ne? Und hier hast du wirklich genau das Gegenteil eigentlich. Ja, das ist total sogar spritzig, ist auch so ein bisschen dynamisch, auch da ist ein bisschen Druck drin. Kaum Zeit, dass sich die Aromen alle irgendwie einzeln vorstellen. Lieber kommen sie alle in geballter Packung und feiern da halt eine Party auf der Zunge. Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, und das Kindl im direkten Vergleich, wie gesagt, ist halt uriger, ne? Ein bisschen kerliger, ein bisschen bodenständiger. Da sind die Aromen halt so ein bisschen, dominieren die dann auch einzeln draus und kommen nicht alle auf einmal. Ne, das ist vielleicht so, da muss man wissen, wenn man da so ein bisschen zwischen diesen Berliner Kindlbierchen, sag ich mal, so hin und her schwappt. Ne, das ist eine mehr so für innen, das ist ja vielleicht mehr so sogar für Party oder so, ja? Weil durch die Spritzigkeit durchaus auch im Sommerbier, aber das kannst du auch im Herbst trinken, geht eigentlich immer. So, lassen wir uns schnell noch mal einen Abgang nehmen. Und da kommt es noch mal hoch. Bitterstoffe, Opfen, der setzt sich jetzt schön beim Abgang noch mal ab und sorgt für den Nachgeschmack des Bieres, dass man halt merkt, so, oh, jetzt haben wir aber ein leckeres Pilz getrunken. Ne, also ganz unexperimentell, auch wieder ganz geradlinig und so als letzten Abschiedsgruß quasi, ne? Dann gibt es dann noch mal ein bisschen Hopfen, auch wieder ein bisschen Bitterstoffe. Ja, alles in allem zusammengefasst. Jetzt kann man jetzt, wenn man jetzt in direkten Abgleich, es kommt alles aus der gleichen Brauerei. Ich habe ja schon gesagt, wie gesagt, mein absoluter Favorit ist das Schultheiß, einfach weil es für mich für Pilzbier einfach so, ja, am würzigsten ist, am kräftigsten ist und auch irgendwie am meisten Spaß macht. Finde ich persönlich geschmacklich. Gibt es eine Menge drin zu entdecken. Ist ein wunderbares Wegbier, was man auch am Imbiss, wie gesagt, prima trinken kann. Hier in Berlin zumindest, dass man so der Tradition auch treu bleibt. Dann natürlich das Berliner Kindle, das Original, wenn wir so wollen. Ist ein bisschen uriger, das Ganze auch ein fantastisches Bier für den Imbiss, gut geeignet. Auch für den Sommer, fantastisch. Und hier mit dem Berliner Kindle Jubiläumspilsner, das ist halt noch mal so ein bisschen abgestimmter, fein abgestimmter. Genau, das hat noch mal so einen Feinschliff bekommen. Und ja, soll wie gesagt anregend wirken, sag ich mal, im Geschmack prickelnd wirken. Nicht zu verrückt, nicht zu verspielt, aber durchaus dynamisch. Also durchaus spritzig. Kann man locker auch mal so mit jungen Leuten da irgendwo, wiss ich nicht, in einer Bar trinken gehen oder so. Macht sich ganz gut, denke ich mal. Also es ist auf jeden Fall auch so ein, ja, ich sag mal Berliner Kindle, das ist so ein Wahrzeichen auch für Berlin, ne. So Schultheits und Berliner Kindle, wenn man in Berlin ist, sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen, ja. Auch Biergarten tauglich, zweifelsfrei. Kann man auch im Biergarten trinken. Frisch gezapft, definitiv noch besser. Ja, wie bewerten wir denn das? Ist ne schwierige Nummer eigentlich, ja. Es ist immer so, hm, wenn die alle ähnlich schmecken. Ich bin auf jeden Fall süffig, ne. Aber es ist mehr was, für mich persönlich ist es mehr sowas, was ich gerne beim Essen so weiter trinken würde. Ja, zum Essen, zu einer guten Speise, zu einer herzhaften. Ja, ich mag Schultheits irgendwie lieber aus der gleichen Brauerei. Ich mag das Schultheits lieber. Ich geb hier 6 Punkte auch. Ich geb hier 6 Punkte, wobei 6,5 würde ich geben. Auf jeden Fall über den Durchschnitt, weil die Qualität sehr gut ist. Und, aber so geschmacklich ist meine Schultheits tatsächlich lieber. Das trinke ich jetzt noch aus. Da könnt ihr einen lassen drauf. So, Freunde, sind wir fertig mit unserer Berlin Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen ein bisschen. Und jetzt haben wir mal die Berliner, die Big Five sozusagen, dann mal durchgenommen. Jetzt mal sehen, ob ich das jetzt beim nächsten Biertest mal was anderes vorkram. Ich glaube, das müsste mit den Tschechischen jetzt weitergehen. Und ja, ich sage auch schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Wenn ihr den nächsten Biertest mit mir nicht verpassen wollt, einfach abonnieren. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und verliert euren guten Biergeschmack nicht. Bis dann Bescheid. Ciao, euer Biersüffler. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.